Den hat Wolli probiert, aber dem schmeckt die Nuss auch nicht. Also die Traube. Na? Hörnchen mag seine Nuss? Wo bist du denn? Ach, da oben. Na komm runter. Alter Platz, wie immer. Siehste, läuft doch wie am Schnürchen. Nein? Erst putzen, machst dich hübsch für mich. Ja, das ist auch mal fein. Ei, 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 ist doch gut jetzt. Komm, Bruno. Ui. Strecken. So. Aber nun, ne? Und die Trauben magst du auch nicht. Hm. Keiner mag die Trauben. Aber Himbeeren hätte ich noch. Das könnte ich noch mal probieren. Ne? Vogel. Leckere Himbeeren. Ach, du fliegst jedes Mal weg, wenn ich dich aufs Bild will. So, aber jetzt mal los rein starten. So, soll mal wieder reichen. Oder? Nein? Doch. So. 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 So.